Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab Mai 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Flinger Nord. Das Objekt verfügt über einen Balkon und einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 50 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 780 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. . . .